Es ist ja doch sicher heiß, dass ich die Tür irgendwie öffnen muss. Ach, Moment, warte. Huch! Na komm her. Sehr schön. Großes Kino, wirklich. Das hätte ich nicht besser gekonnt. Wirklich verdammt großes Kino. Und natürlich muss ich da lang. Der Typ kann doch gar nichts. Oh. Vielleicht habe ich mich ja ein wenig in ihm getäuscht. Ob uns das jetzt aber was bringt, ist die andere Frage. Nur nutzlose Boxen steht da. Oder. Nicht nutzlos, aber. Was haben wir da? Eine Spritze und irgendwas. Was war das? Was? War das? Wer oder was auch immer du bist. Hilfe! Was soll ich tun? Was? Was soll ich gegen... Ich versuche einfach mal festzuhalten. Klasse. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Äh, Batterie. Vielleicht ist er allergisch gegen Soda. Anscheinend nicht. Was soll ich denn gegen den tun? Was soll ich denn gegen den tun? Wuh! Muss ich mich vielleicht verstecken? Oh, verstehe. Ich muss mich also verstecken vor dir. Oh mein Gott. Verschwinde. Oh, 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 oh. Oh, komm. Oh mein Gott. Verschwinde. Verschwinde einfach mal. Ach du Scheiße. Ich weiß... Ich hoffe, es ist weg. Aber ich bleib noch kurz hier hinter. Scheiße, Alter. Da ist es, da ist es, da ist es. Waaah. Lass mich in Ruhe. Okay, überlegen. Ich guck mal kurz ins Zementar. Ist der noch da draußen? Ganz ruhig. Hat das irgendwie... Hat das irgendwie... Scheiße, Alter. Wenn das Vieh... ... uns jetzt die ganze Zeit verfolgt... ... wenn wir irgendwas tun... ... dann müssen wir uns ja immer so Art Verstecke bauen. Okay. Boah, Alter. Ich habe gerade voll die Gänser und... Uiuiuiui. Okay, 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 okay. Kommen wir hier irgendwie raus? Was habe ich hier jetzt gefunden? Pain Killers. Keiner weiß, was das sein soll. Serain. Alkohol. Medizin ist das wahrscheinlich alles irgendwie so ein bisschen. Okay. Er scheint weg zu sein. Ich versuche jetzt mal hier durchzukommen. Natürlich geht das nicht. Scheißzeug, wie komme ich hier raus? Wirklich sehr intelligent hier rein zu gehen. Wo der Typ anscheinend durchgelaufen ist. Ja, ich würde auch dem Typen folgen. Also das ist das total Logischste. So, Moment. Licht an. Sonst dreht der Typ hier noch durch. Wir sind anscheinend richtig. Sind wir wieder am Anfang? Wir sind doch nicht wieder. Wir sind wieder am Anfang. Aber wieso? Wir sind mir jetzt bitte eine Runde gelaufen. Wir sind immer wieder am Anfang. Ähm. Ich... 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 Ich möchte nicht. Ganz ruhig, alter Junge, ganz ruhig. Okay, hier ist anscheinend der Startraum, in dem wir eingesperrt waren. In dem Raum waren wir jetzt gerade drinnen, aber hier ist eine gute Ecke zum Verstecken. Gut, dass ich das vorhin aus langer Weile so hingebaut habe. Aber, oh, all die Musik, ich baue da lieber noch ein bisschen was drauf, falls wir noch mal angenehmen Besuch bekommen. Sei vorsichtig, ja, das habe ich gemerkt. Ich glaube, wir dürfen noch nicht zu viel Krach machen. Hier ist nichts mehr, gell? Weil ich sage, wir dürfen nicht zu viel Krach machen und springen dann hier rum wie so ein Beklopper. Ist natürlich auch intelligent. Ich verstehe gerade. Zeigen, oder sagen wir mal, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Notebook. Die zwei. To-Do-List. Ich probiere jetzt einfach mal was, ich hoffe. Ich glaube, den nicht an jetzt. Lass mich. Das hat ihn anscheinend nicht so solch beeindruckt, hoffe ich. Ich kann mich, glaube ich, auch hier hinter verstecken, kann das sein. Ja, okay. Das scheint ihm ziemlich zu schaden, wenn ich mich verstecke. Ich stecke das lieber nicht wieder rein. Och, lass mich. Wo komme ich denn hier rein? Die zwei. Nö, das sind die beiden. Ich verstehe. To entrance to the metal is looked with a strange... device. Die Entrance to the Messehalle, also der Eingang zur Messehalle, was auch immer Messehalle jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ist geschlossen, ist lupt, ist geöffnet mit einem, ach so, jetzt verstehe ich auch warum wir zurück konnten. Macht mir nicht so ne Angst, ey. Das ist immer noch verschlossen hier. Aber ich glaube, der andere Eingang hier ist jetzt offen. Autsch, das ist zwar nicht cool. Ne, Moment. Okay, das tötet uns also sofort, wir haben auch keine Zeit zu fliehen. Ich probiere, den mal irgendwie hinzustellen, dass der auch dauerhaft stehen bleibt. Moment, das könnte entkürzen. Ja, ja, ich weiß, irgendwas Tödliches versucht uns zu töten. Aber das Wort du muss sein. Alter, du. Sack, du. Was bleibt mit anderen Sumis? Ist ja ein Sack. Klass, jetzt komm ich nicht vorbei. Ach. Komm hier, komm her. Die, das ist mit der Steuerung ein bisschen sehr doof, finde ich, gerade. Weil man kann das, ach. Was? Ey, ich war da gar nicht dran. Ich glaube andersrum. Ist mir zu blöd. Wahrscheinlich treffe ich jetzt das Vieh noch unterwegs. Ganz ruhig, Junge. Ich will echt nicht da rein, aber ich hätte, wir werden, und ich hoffe, das Spiel jetzt doch irgendwie da reinkommen. Salvation. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Ach, hier, guck mal. Mein oder jemand. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Aber noch? Moment.